Passen Sie auf, es geht um 1.000 Euro und bitte, Sie werden es schaffen. Geht schon los. Was trägt Daniel Ricciardo, wenn er seinen Beruf ausübt? Fußballschuhe, Overall, Schwimmbrille, Suspensorium. Bitte? Du musst lauter reden. Fußballschuhe, Overall, Schwimmbrille, Suspensorium. Daniel Ricciardo. Ricciardo ist eigentlich ein Formel-Einsfahrer, ich sag halt, Fußballschuhe. Aber ich bin mir nur zu 50% sicher. Tut mir leid. Manfred, Manfred, was ist los in Linz? Linz beginnt, sagt man ja. Daniel Ricciardo ist ein Formel-Einsfahrer, sagt halt, der trägt Fußballschuhe. Ja. Ich meine, seid ihr gute Freitag oder verarscht ihr das? Lass sie dir ein. Das muss ich mir herzlichst in der Zukunft überlegen. Ja. Also dem soll ich das jetzt mal kapieren. Aber ich habe so ein Geburtstagsbayer-Einsfahrer, genau. Aber nachdem Sie sagen, das ist eine einfache Frage, nicht mit dem Publikumsstocker. Moment, 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 Klaus, du musst immer nicht hudeln. Das ist ein Mensch, der in sich ruht, wie ich merke. Er hat gesagt, der Daniel Ricciardo ist ein Formel-Einsfahrer. Daniel Ricciardo. Nun, was glauben Sie denn, was trägt denn ein Formel-Einsfahrer? Ein Overall. Aber okay. Dann. Danke.